4, 3, 2, 1, beide weiter als der Jogger! Umdrehen! 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 Aufbauen! Frag ist da! Läuft los. Steht! Titel Fantasy! Dann kommt hier aus! Da hinten ist es so ein Gesprinserbeton. Dann mit Ihnen raus. Ist da auch hinten her, hinterher gesprins. Herzschut! Auch noch mal in den Kopf bekommen. Mehr! Umdrehen! faculties abschützt. Ich bin aber über dem Bein gesäufert und auch noch mal leicht den Kopf. Ich finde es einfach krass, dass du noch lächeln kannst. Köln bereit! Stehen! Beide bei Kreis ein Stück! Beide bei Kreis ein Stück! Zehn! Beide bei Kreis ein Stück! Beide von Kreis ein Stück! Köln bereit! Beide bei Kreis ein Stück! Beide bei Kreis ein Stück! Trehtnen Please zu wechseln! Beide bei Kreis ein Stück! Eins, drei, zwei, eins, tiefbereit, drei, zwei, Jogger! Fertig! Fertig! Schade, zwei, drei, zwei, eins, zwei, drei, 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 der Jogger! 3, 2, 3. Beine, drei, 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 zwei, Jogger! Drei, zwei, eins, Beine, drei, drei, zwei, Jogger! Achtung! Schack ist an mir sicher! Nehmen wir den Pinn an, nehmen wir den Pinn! Achtung, beim Pinn! Zu mir, zu mir! Zu mir, zu mir! Achtung! Das ist der Grund, warum Kaffee in Deutschland beliebt ist, weil er zu 90% aus Kartoffeln besteht. Und gleich nach Bier, welche zu 100% aus Kartoffeln gemacht ist, dem Lieblingsgetränk des deutschen Volkes gehört. Das ist der Grund, warum Kaffee in Deutschland beliebt ist.